Da siehst du am Abend, wie die Sonne nachher ist. Es ist eine gute Zeit, um die Fiegen ablesen. Schau mal, wie es da irgendwo schöne Fiegen hat. Wunderprächtige Fiegen. So, das gibt dir wieder wunderbare Konfitüre und Kompote und teure Fiegen für den Winter. Frische Fiegen werden an der Sonne getrocknet. So einen feinen Fiegenkuchen gibt es morgen. Schau mal, wie schön. Du kannst gerade den Größten hören. Der mit der Größten, der mit der Größten und der Größten.